habe ich mir gerade zwei rheumadecken bestellt jetzt will sie wissen warum rheumadecken 2 ganz einfach rheumadecken sind gut für rheuma wenn du nasenbluten oder blähungen hast kannst du dich auch eine oder zwei rheumadecken bestellen dann bist du auch auf der sicheren seite zum beispiel wenn du bei nasenbluten oder bei blähungen rheumakris aber grundsätzlich war für mich die überlegung warum rheumadecken ich habe mich gedacht ja man muss auch vorbeugen für die krankheit wenn du sie kriegst dann hast du schon die rheumadecken dann brauchst du nicht rumhumpeln und wo ist hier rheumadecken hier dann hast du das schon weißt du immer vorbeugen ist wichtig deswegen habe ich mir zwei gekauft und zwar auch für ersatz eine wenn zum beispiel eine ist jetzt verlegt oder nicht auffindbar oder man weiß nicht wo man sie hingetan hat oder man hat das vergessen dann hast du die andere muss aber zuvor gesagt werden muss sorge treffen für dich persönlich dass sie nicht beide rheumadecken zusammen in einen schrank rein tust und nicht mehr weiß in welchen schrank aber da muss er schon würde sagen wenn die da in den schrank rein tust und die eine kann schon ganz drin sein aber bei die andere rheumadecke muss die tür bis gehen auf bleiben und da kann schon bis gehen so der zipfel so raushängen aber gleich sieht aha da sind die rheumadecken